okay dann lass mich mal eben diesen gegner ja machen und damit aber auf jeden fall ein herzlich willkommen bei mir im torsten mit einer weiteren folge let's play clash of clans und ich weiß noch gar nicht wie hier jetzt reingehen soll ich hoffe dass kein zeitfeld kriege fünf sekunden vier sekunden okay es ist ja manchmal ultra knapp es ist ja manchmal wirklich wirklich super knapp aber haben wir denn hier einen da haben wir hier haben da ist er doch da ist er doch unser multi inferno immer wieder üben kann ich euch auch nur empfehlen ich muss es leider auch immer wieder machen aber das passt ja ganz gut so beim farm hier der hat noch keine liga und hat womöglich auch keine clanburg das bleibt zumindest zu hoffen machen wir hier mal unseren fahnen so ein bisschen weiter aber ich denke mal der worden geht jetzt sowieso der kommt aber nicht an den alten multi dran okay der kommt nicht an dem multi dran das ist aber nicht so schlimm wir nehmen hier hinten mal die karre und die base ist auch längst nicht so stark ausgebaut okay das soll uns jetzt nicht weiter stören würde ich sagen zumal jeder eingang zur base offen ist okay kollege perfekt da sind wir voll bei dir und dann können wir hier in diese base reingehen mal sehen king noch dazu queen dazu wir nehmen mal noch nicht ganz alle noch nicht ganz so alle hier und wo können wir denn eigentlich springen ist das ein cooler sprung da der ist zwar so komisch oberecke aber könnte ja trotzdem mal ganz gut gelungen sein okay komm 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 wir brauchen erbearmung braucht ihr den lot so hier kommen jetzt meine champions raus und dann können wir hier direkt übers rathaus noch mal jumpen würde ich sagen dass wir hier auch in die restlichen compartments reinkommen rathaus fällt jetzt gezündet jawohl wunderbar auch das ist immer mal wieder so ein bisschen von mir zu üben die perfekte worten zündungen hier zu finden aber das sieht noch ganz gut aus helden sind noch alle am start und damit die drei hier nicht ganz so extrem ballern legen wir die kurz still aber wie gesagt das war jetzt die base war jetzt auch nicht so schwer da haben wir schon schwer schweres gehabt hier nämlich die beiden hier so die hexe macht da unten den x bogen aber da kommt meine championat in die kann er noch zünden das haben wir jetzt gemacht und dann haben wir hier ein bisschen loot reingeholt wunderbar der fehlt mir nämlich noch so für das eine oder andere kanönchen beziehungsweise nicht kanönchen sondern minenwerfer aber das war ganz war ganz in ordnung und es war zumindest kein time fail da kann ich ganz gut mit leben hier oben was heißt hier oben ich bin gar nicht so hoch ich bin jetzt auf teiten drei das ist ja so ganz in ordnung für mich ich hatte ja gesagt ich will unbedingt noch vor passende also was heißt ich hatte ja gesagt ich hatte gestern abend im live stream gesagt ich will vor passende mindestens noch eine einen minwerfer hier angestoßen haben denn ab morgen wird ja alles teurer beziehungsweise ab morgen gibt es den neuen pass mit dem neuen skin es wird wohl dieser robo skin für ein für ein king sein der schon überall so ein bisschen rum geleakt wurde zumindest habe ich bei mir im discord auch schon ein paar bildchen gesehen von mir jetzt selber nicht ich mache eigentlich solche geschichten gar nicht und das machen dann eher andere aber wie gesagt es läuft der pass aus denkt daran leute dass ihr euch die rewards abholt ich habe auch noch zwei offene allerdings kann ich die nicht nehmen also noch mal eine kleine kurze erinnerung die uns super sell ja die tage schon gebracht hat holt euch das zeug hier ab beziehungsweise nicht dass ihr irgendwas versäumt im pass wenn ihr heute noch zeit habt dann spielt die perks voll ich kann das nicht mehr machen das heißt die 208 tausend das wird das wird jetzt leider nicht mehr bei mir weil ich die ganze zeit hier sowieso am limit arbeite was das dunkle angeht denn ich wollte auch das gehört immer so ein bisschen zu glaube ich heutigen ck planungen dazu oder cwl planung ich wollte dann zur liga auch auch erst dann eine truppe hier ausbilden deswegen habe ich im moment keine in ausbildung ich kann ja zumindest drei stück machen aber ich wollte zum ligastart die super mauerbrecher ins leben rufen dass ich die mit in die cwl nehme denn ich glaube man kann so ein zwei ganz gut gebrauchen ich glaube man kann 12 ganz gut gebrauchen aber kommen wir mal zum eigentlichen thema ihr wisst ja hier bei uns spätzen mit sauce spielen wir immer im moment tatsächlich immer 40er ck es ist sehr nackig und sehr sehr krass aber wir haben dann auch lassen wir eben so ein bisschen nicht collecten ich wollte eigentlich was haben wir spielen zwar immer sehr sehr knapp und sehr eng also vor allen dingen abends wir sind in der mit masse sind wir abendspieler und machen schon mal unseren ein oder anderen angriff denn am ersten tag je nachdem wer es so kann wer schnell planen kann ich bin ja kein schnellplaner meine anrufe waren eigentlich in ordnung ich war sage ich mal von grund auf ganz zufrieden habe dann aber ja leidig miterleben müssen was uns mal wieder widerfahren ist aber schaut selber mal kurz rein denn wir haben hier den mini den sms mini also michael ist das hier hat ja auch ich glaube zwei accounts und wir gucken uns den angriff mal erstmal in normaler geschwindigkeit würde ich sagen an denn er war schon schon sehr sehr nett ihr habt vielleicht unten auf die zeit geguckt was dort wann gestartet wurde also auch sehr sehr eng noch mal die 30 sekunden vor abzeit noch mal genutzt um noch mal tiefer über die base kurz kurz noch mal so ein blick drauf zu legen aber ich meine 30 sekunden für so eine base zu planen ist sicherlich ein bisschen zu wenig deswegen hat er sich die base sicherlich 1000 mal angeschaut wie er sie am besten machen kann wo geht die queen am besten lang wo schickt er den hybrid part rein er hat neun schweinereiter dabei 15 miner dabei ich habe jetzt gerade eben die sneakys gesehen die holen sich hier hinten so ein bisschen was da soll wahrscheinlich weiter gefundelt werden und sie kriegen in jedem fall das dicke lager wunderbar geplant queen ist hier noch in der mitte jetzt erst mal mit der klan beschäftigt die royale championatin also der royal champion kommt hier mit dazu und außen geht es schon los mit dem mit dem meiner und mit dem part der hog rider also auch bis hier noch alles ganz schick adler ist draußen wunderbar riesenbombe dort ausgelöst der scattershot der erste ist weg ja so hieß er ja eine scattershot im englischen ja ich weiß ich muss mir den deutschen begriff doch mal irgendwie so ein bisschen mehr mehr einfall leben schleuderkatapult schleuderkatapult heißt es da ok aber geht hier noch jetzt mit den mit mit den hocks aus der werkstatt beziehungsweise aus der kaserne weiter in die base außen kommt eine tesla farm beziehungsweise nicht ganz farm ist immer so ein bisschen was dazwischen es kann sein dass sie schon hier drauf hat das habe ich jetzt nicht geguckt ob hier nicht schon ein angriff drauf war oder nicht queen ist immer noch dabei hat sich hier die ganze zeit durchgeschlagen jetzt gegen eine zinkel entfernung aber gezündet die kleinen bogenschützen kommen jetzt noch zusätzlich zur hilfe um die die mauer mit aufzumachen beziehungsweise die sind doch alle gestorben hier außen geht hier der geht noch ein pecker und ein meiner und jetzt ist hier nicht mehr viel muss man ganz klar so sagen allerdings bekommt jetzt der worden beschuss 50er worden hat schon auch nette treffer punkte muss ich ganz klar mal hier an der stelle sagen dass der richtig guter richtig guter mitspieler geworden ist mit dem skin sei mal dahingestellt das ist das ist der clockwork work skin hier und jetzt wird es ja am ende so was von fürchterlich eng also es ist ich weiß nicht ihr könnt mir das gerne mal in die kommentare schreiben ob ihr auch immer einen herzenfakt bekommt wenn eure leute klankrieg spielen aber ich kriege jedes jedes mal ihren herzenfakt vor allen dingen zum ende hin wenn das so ultra knapp wird hier gegen einige clans und jetzt kann man das mal richtig schön sehen hier ich finde übrigens diese super slow motion die super cell und sie ein gebot hat richtig klasse weil man kann hier wirklich bis ins detail reinschauen und der magier hier wir gucken auf den magier das ist jetzt eine max das max sammler hier wenn der vielleicht noch nicht max gewesen wäre hätte der magier diesen sammler hier noch geschafft wir gucken ein schuss wie viel braucht der magier hier wie viel braucht der max magier er braucht schon mal drei schuss er hätte vier schuss gebraucht leute ist das bitter oder was alter 0,5 sekunden würde ich sagen deswegen es also so was das ist das sind das erzeugte mir herzattacken hier kann ich euch sagen und denn zu diesem zeitpunkt waren wir noch nicht sicher in diesem ck dass wir am gewinnen sind denn es steht hier 90 90 ja es steht her 90 90 das ist das ist ja erstmal nicht schlecht und wir haben auch 89 90 geführt allerdings hat der gegner uns auch noch ein dreier reingeballert und hatte etwas mehr prozent ist das ärgerlich oder was aber der gegner gut gekämpft muss man muss man ganz klar auch da den tribut zollen denn hier die nummer drei hat noch mal auf die nummer auf unsere nummer 11 den chris auch kurz vor schluss das waren jetzt drei minuten vor schluss auch noch ein dreier geholt also so ultra eng hier leute das ist echt nichts für mein herz ich habe selber für meine verhältnisse eigentlich ganz gut angegriffen 81 prozent konnte jetzt nicht so wirklich dazu tragen aber ich glaube mein erster war ein freshet ja der ist glaube ich auch nicht mehr ausgebügelt worden mit 75 prozent das war in ordnung ich habe ein bisschen hybrid gemacht ein bisschen ein bisschen von was anderem und na ich wollte ich wollte nur festhalten bevor ich hier nicht mehr in den clan bin denn morgen bin ich nicht mehr in dem clan hier morgen geht es erstmal für eine woche zu den gsi warriors in champ 2 hier die liga spielen und deswegen wollte ich das unbedingt noch aufnehmen für euch aber ich hoffe das gefällt euch auch dass ihr zumindest sowas seht hier wir hatten jetzt eben was ganz komisches hier der diva brauchte eigentlich truppen und wenn man jetzt hier rein guckt er hat jetzt schon sieben hog rider und trotzdem steht einer 41 und so wie ich es jetzt lese hat er auch noch nichts rausgeholt oder so ich habe jetzt ich habe ich habe danach getippt die eine truppe da bestimmt rausgeholt oder so aber das ding war wirklich auf null weiß ich nicht ob das ein kleiner bug ist also man kann jetzt nicht rein spenden weil jetzt vor allen dingen stehen da stehen da dass man noch zwei spenden kann das ist auch sehr merkwürdig weil wenn er jetzt eine truppe rausnimmt hier dann sind das ja 40 von 45 und dann geht da sowieso nur ein hog rider rein sehr merkwürdig und sehr spooky aber wir werden das weiter beobachten ich hoffe die kurze aber knackige folge auf den ich will nicht sagen tanz in den mai oder sauf in den maitag hat euch ganz gut gefallen sollte kurz und knackig sein weil ich im moment ein bisschen zeitmäßig etwas enger gepackt bin heute letzter arbeitstag und dann ab morgen ein wenig frei seid ihr in dem fall bei den live streams dabei auf twitch tv schräger tuto clasht um so ein bisschen mehr spaß mit mir abends zu haben denn gerade jetzt in der freien zeit und wo das wetter endlich mal ein bisschen schlechter wird machen wir sicherlich auch ein bisschen mehr ich hoffe das gefällt euch auch wenn ja dann lasst mir einem ende das ist jetzt ein daumen nach oben da abonnieren nicht vergessen und den kanal verfolgen so dass ihr keine videos und auch keine live streams mehr von mir verpasst dafür musst du mich allerdings auf twitch verloren das reicht vollkommen ist auch völlig umsonst und dann sehen wir uns in weiteren folgen vielen lieben dank leute morgen kommt übrigens noch mal ein kleiner 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 hammer also morgen unbedingt auch gucken bis dahin euer toto clasht impersonal personal station komm kill amo